Moin zusammen Freunde, grüße euch zu diesem Video. Ich hoffe, ihr hattet bislang ein schönes Wochenende. Wir müssen über ein paar Neuigkeiten sprechen. Wir haben als erstes nochmal als Reminder von gestern, Lauterbach enttäuscht bezüglich der Abstimmung am Donnerstag im Bundestag, dass die Pflicht ja wirklich kläglich gescheitert ist. Und dann gab es ja schon die Stimmen von der FDP-Spitze, dass man im Herbst ja nochmal gucken könnte. Später, irgendwann kann man ja darüber sprechen. Dann hat sich Herr Lauterbach gestern geäußert, weil wir das jetzt nicht machen, dann müssen wir im Herbst wahrscheinlich neuere Schutzmaßnahmen machen. Jetzt geht es aber noch weiter. Dann heißt es nämlich hier auch noch, die nächste Welle würde im Herbst wieder anstehen. Also merkt ihr das? Wir bewegen uns wie eine Sinuskurve von je nach Jahreszeit in Auf und Abs. Und das ist genau das, was ich prophezeit habe, was nämlich jetzt hier forciert wird. Ich habe gestern darüber gesprochen und gesagt, ja, man wird es versuchen, erneut durchzuboxen. Und Lauterbach hat sich gestern bei BW24, guckt mal bei meiner Telegruppe rein, ist unterhalb des Videos auch verlinkt, natürlich direkt schon dafür ausgesprochen, jo, wir müssen das Ganze jetzt nicht auf 50 Jahre festlegen, also die Pflicht ab 50 oder ab 60. Nein, wir müssen über die allgemeine Pflicht sprechen. Das kannst du dir doch nicht mehr ausdenken. Also das ist einfach nur unfassbar, denn sein Chef quasi hat ja hier auch gesagt, Scholz gegen erneuten Anlauf bei der Pflicht. Lauterbach für eine neue oder für eine Kampagne, um das Ganze jetzt hier durchzuführen. Also diese Beratungsgespräche, die da im Gespräch sind, die man mit Ärzten führen soll, ich kann das nur immer wieder sagen, derjenige, der es bislang nicht gemacht hat, der hat das aus einer Überzeugung gemacht, der hat das aus einem Grund gemacht, weil er es nicht machen möchte, weil er sich informiert hat. Da bin ich fest von überzeugt und ich bezweifle, dass wenn man diesen Menschen hingeht und jetzt aufzwingt, mit einem Arzt des Vertrauens, den man sich dann vielleicht frei aussuchen kann, ein Gespräch führt, dass der dann sagt, ja okay, jetzt mache ich es. Das kann ich mir nicht vorstellen, aber ihr könnt eure Vorstellung gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben. Und last but not least, auch noch passend dazu, wir haben keinen Spielraum mehr für Lockerungen, heißt es dann nämlich auch noch von dem geschätzten Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Guck dir doch mal andere Länder an, Karlchen. Also vielleicht wäre das mal hilfreich und nicht einfach irgendwelche Fakten in den Raum schmeißen, die dann offensichtlich sich mehrfach nicht als Fakten beweisen. Ich konnte leider bei der BILD keinen Link dazu finden, aber es gab eine, ich glaube es war sogar live, bei BILD live ist es stattgefunden, da war der ehemalige Bundestagsabgeordnete Wolfgang Bosbach und er hat sehr, sehr, sehr starke Kritik an Karl Lauterbach geäußert und äußerte sich unter anderem auch dazu, wieso der Herr Lauterbach überhaupt Minister geworden ist. Ja, also das war schon ganz großes Kino und wir merken in der letzten Zeit, dass mehr Leute sehr, sehr kritisch dem Herrn Lauterbach gegenüber sind. Ich bin mal gespannt, wie lange an der Personalie Lauterbach wirklich festgehalten wird oder ob wir in den nächsten Wochen, Monaten vielleicht sehen, Lauterbach wird seines Amtes enthoben, vielleicht tritt er freiwillig zurück, das glaube ich eigentlich eher weniger, weil er hat so seine Einstellung, er hat natürlich auch eine große Fanbase, das muss man sagen. Er hat ja mittlerweile zahlreiche Follower auch bei Twitter, also es sind ja nicht nur Leute, die dann gucken, oh jetzt hat er wieder was ganz Schreckliches gepostet, nein, da muss man nur mal lesen und auch gucken, wie viele Herzchen seine Tweets da bekommen, das ist wirklich unfassbar. Ja, Freunde, eine kleine Werbung an der Stelle hier für NRW Live, ihr hört es rascheln, ein schönes Vitamin-Plus-Pulver, ihr habt zahlreiche Vitamine hier drin, in einem solchen Stick sind drei Gramm Pulver, reicht für 200 bis 250 bis 500 Milliliter Wasser aus, einfach auflösen, darin hatte ich auch mal ein separates Video dazu gemacht und damit habt ihr zahlreiche Vitamine einfach, die ihr einnehmt. Das ist mir in der Meinung nach, gerade in der aktuellen Jahreszeit, gehört das, ich bin auch wieder ein bisschen angeschlagen, ich habe auch seit einem halben Jahr irgendwie so leichten Husten und alles mögliche und dementsprechend hier mit Vitamin D3, was hier auch drin ist oder auch alle B-Vitamine, Da muss man selber sie jetzt ein bisschen vorgehen, ein bisschen was machen. Warum bin ich so permanent irgendwie angeschlagen? Weil ich kein richtiges Immunsystem einfach aufgebaut habe, weil wer, wenn man einkaufen war oder sonst was, nur so rumgelaufen ist, das ist doch das Krasse oder sehe ich das falsch? Aber guckt es euch an, ich verlinke es euch unterhalb des Videos. Freunde, ich habe euch gestern angekündigt, dass wenn es neue Informationen zu dem Hilfspaket hier für Firmen gibt, darüber berichtet und jetzt heute gibt es sie, beziehungsweise gestern Nachmittag ist das Ganze dann veröffentlicht worden und die Welt schreibt, Bundesregierung einigt sich auf Milliardenhilfe für Unternehmen und dazu kann man nur sagen, herzlich willkommen im Sozialismus, wo das hier wieder Einzug zieht, denn alle bekommen Unterstützung in diesem Land, außer die Mittelschicht. Die Mittelschicht ist diejenigen, die es zahlen müssen und das sind wir. Das ist der durchschnittliche Bürger, der hier wieder richtig zur Kasse gebeten wird und das Geld, was hier verteilt wird, erstmal erwirtschaften muss. Das kann man sich nicht mehr ausdenken, weil irgendwann reicht es, dann haben die Leute die ... voll, werden das Land verlassen, werden die Arbeit niederlegen, sondern heißt es hier, seit Wochen, passt auf, jetzt wird es witzig, arbeitet die Bundesregierung nach eigener Aussage auf Hochtouren an Hilfen für Unternehmen, die von den Folgen der Ukraine-Situation betroffen sind. Jetzt gibt es ein Maßnahmenpaket. Pass auf, vorgesehen sind Zuschüsse in Höhe von rund 5 Milliarden Euro. Wo das Geld wieder mal herkommen soll, sagt keiner, aber ich kann es euch beantworten, ich habe es ja gerade schon geteasert, es kommt aus der Mittelschicht, natürlich. Und zum Beispiel durch die Mehrwertsteuer, die gerade richtig am Sprudeln ist, wie schon lange nicht mehr, doch eigentlich schon immer, aber jetzt einfach nur noch mehr als sonst schon, es ist eine bodenlose Frechheit. So muss man es doch klipp und klar wieder mal sagen. Und darüber reden wir dann gleich. Tankrabatt erst im Juni, dafür sollen Firmen jetzt schneller Geld bekommen. Ihr habt richtig gehört. Genau das hängt nämlich meiner Meinung nach ganz stark miteinander zusammen. Auf der einen Seite werden die Firmen jetzt ganz schnell entlastet, der Bürger aber, also wir, die arbeiten müssen, der Nettosteuerzahler, wird erst im Juni entlastet. Das heißt, wir müssen diese Mehrkosten jetzt hier bestehen, irgendwie monatelang erst mal selber alle für uns kompensieren. Das kann man sich doch nicht mehr ausdenken. Was soll denn das? Das ist doch eine bodenlose Frechheit. Das kann man sich doch nicht mehr ausdenken, was hier abgeht. Man sieht doch, wie die Prioritäten in dieser Regierung gesät sind. Also die Ampelregierung komplett, komplett alle abschaffen. Muss man doch wirklich ganz klar sagen. Es ist doch einfach nur unfassbar, wie hier die Prioritäten gelegt sind. Oder sehe ich das falsch? Schreibt mal eure Meinung gerne unten rein. Und dann hier auch von Herbert H. Nichts aus der C-Situation gelernt. Absolut. Hier werden Gelder verteilt und alles drum und dran. Wer soll das wann irgendwie auch nur ansatzweise zurückbezahlen? Das ist nicht umsetzbar. Das funktioniert nicht. Und wenn man dann in Deutschland auch noch zusätzlich hingeht und zahlreiche andere Länder finanziell unterstützt, das ist doch nicht mehr machbar. Das funktioniert doch einfach nicht. Und dazu kommt dann auch noch eine Inflation. Ja super. Ganz großes Kino. Also die Verarmung der deutschen Nationen läuft auf Hochtouren. Man kann es nicht mehr anders ausdrücken. Warum senkt man nicht einfach die Energiesteuren? Gute Frage hier vom Thomas L., die gestellt wurde. Absolut berechtigt. Nein Leute, das ist wirklich absolut irre, was hier passiert. Und bei dem, da haben wir einen Plusartikel, deswegen switchen wir rüber. Tankrabatt erst im Juni, dafür sollen Firmen jetzt schneller Geld bekommen. Heißt hier weiterhin, Energiepauschale und Tankrabatt erhalten die Bürger erst später. Und nebenbei gesagt, diese 300 Euro Pauschale, die bekommt man erstens nur, wenn man eine Steuererklärung abgibt. Und zweitens im nächsten Jahr, wenn man die Steuererklärung macht. Genau. Ganz großes Kino, dass man da ein Dreivierteljahr erst mal mindestens abwartet und bis sie dann ausgezahlt wird. Und was netto übrig bleibt, dann 150, 160 Euro vielleicht, ist doch einfach nur noch lächerlich. So und dann heißt es hier, und Tankrabatt erhalten die Bürger erst später, so Finanzminister Lindner. Dafür stellte er das nächste Entlassungspaket vor, diesmal für Unternehmen. Diese sollen zügige Hilfen erhalten, aber auch für sie gibt es ernüchternde Nachrichten, heißt es hier weiterhin. Nein Leute, ich wiederhole mich jetzt, wenn ich nochmal sage, wir sehen einfach, wo die Prioritäten dieser Regierung gesetzt sind. Und nicht beim durchschnittlichen Bürger, der das alles finanzieren und bezahlen muss. Und das ist eine bodenlose Frechheit. Auch ganz gut hier in dem Artikel zu lesen, das genaue Datum, wann das Ganze kommt und startet alles, hänge davon ab, wie schnell die entsprechenden Gesetze in den kommenden Wochen verabschiedet werden. Schon interessant, dass so Vorteile für den Bürger so lange brauchen und man kein genaues Datum hat. Zum Beispiel beim Infektionsschutzgesetz ist man aber hingegangen und hat das an einem einzigen Tag durch den Bundestag, durch den Bundesrat und beim Bundespräsidenten auch noch kurz unterzeichnen lassen. Genau, wo es um die Gängelung der Bürger ging. Das kannst du dir doch nicht mehr ausdenken. Also mittlerweile kann man sich da nur noch an den Kopf fassen und fragen, was soll das denn? Wo soll denn das noch hinführen? Also es wird doch einfach nur noch schlimmer. Und jetzt überleg doch mal bezüglich dem Tankrabatt, die Leute, die Berufspendler sind, die können dann irgendwann jetzt in den nächsten Wochen nicht mehr zur Tankstelle fahren und tanken, weil das Geld weg ist, weil das Geld leer ist. Wie sollen die denn den Laden hier noch am Laufen halten? Also wisst ihr, das ist doch absolut irrational, dieses Verhalten. Wenn ich doch weiß, dass das die Kuh ist, die ich melke, der Nettosteuerzahler in Deutschland, die Mittelschicht, dann gebe ich denen doch was zurück, damit die weiterhin die Lemminge sind und so arbeiten. Aber nein, hier in Deutschland läuft das wirklich konträr dazu. Die sind am Placken oder wir, wir sind am Placken und Malochen nur am Steuerzahlen und werden auch noch weiterhin die ganze Zeit bestraft. Also ich kann das nicht mehr nachvollziehen. Schreibt eure Meinungen rein. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag für morgen, heute einen schönen Samstagabend. Wir sehen uns moin wieder. Ciao, ciao. Ciao.